Drei Flaps to go, das kann man sich schon mal kurz noch merken. Also eine Hand runterzählen, dann wisst ihr auch Bescheid. So, noch 20 Sekunden für die Damen der Kategorie Fitness und wir zählen für euch runter. Und zwar so viel, wie Runden zu skaten sind, also von fünf sozusagen. Noch fünf Sekunden. So, und damit zählen wir alle, meine Damen und Herren, von fünf, vier, drei, zwei, eins, go! Das sind sie, die Damen, die Fitnessdamen, die hier in Teams aus den Vereinen angereist sind, aus der ganzen Bundesrepublik, um hier dabei zu sein beim 10. X-Race in Berlin. Jeder fährt sein Tempo so, wie er sich wohlfühlt. Die einen sind auf der Jagd nach einer Bestzeit, die anderen wollen einfach nur dabei sein.